Franz Bleu Hilsos Ja, es müssen immer alle dabei bleiben Das habe ich nicht gesagt Aber du erfahrt man manchmal am besten Bei dir, wie viel Erfahrung haben So sagen wir es, wie viel Erfahrung haben Und ich mache so kleine Theaterstücke, gell? Ja, also vor Jahren habe ich Theater gespielt Aber ich spiele immer noch Und dann habe ich absachlich mit einem Kinder-Sketch geschrieben Und habe gesagt, dass das Theater wieder schläft Was wir noch jahreweise gemacht haben Und ihr werdet es auch sagen Hier an dem Wurrent in Lange-Sulsburg Samstag und Sonntag Gibt es noch ein paar Plätze, ja? Ja, es ist noch Platz frei vor dem Samstag Aber da müssen wir schon ein bisschen tummeln Und Sonntag haben wir doch noch 30 Plätze frei Aber die werden wir fehlen Und im Festsaal, wir werden auch ein bisschen die Theaterstücke Ein bisschen entdecken Ihr machen nicht nur Theater, gell? Ihr werdet uns das sagen Noch die Angèle Tutublier Eine Eichkeit, Franz Bleu Hilsos N'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé Et d'une envie parfois Je me sens obligée L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout Il faudrait tout oublier Pour y croire Il faudrait tout oublier Tout oublier On joue Mais là j'ai trop joué Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai Si je le veux, je l'aurai N'existe pas sans son contraire Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seule Vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols Il faudrait tout oublier Pour y croire Il faudrait tout oublier On joue Mais là j'ai trop joué Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Oublie que t'as perdu Tout ce que t'avais C'est simple Sois juste heureux Si tu le voulais, tu le serais Tout Il faudrait tout oublier Pour y croire Il faudrait tout oublier On joue Mais là j'ai trop joué Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai Tout Il faudrait tout oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier On joue Mais là j'ai trop joué Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux C'est simple Sois juste heureux Si tu le voulais, tu le serais Si tu le voulais, tu le serais C'est simple Angèle Tout oublier S'il faudrait 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 tout oublier Das ist wichtig, Kinder und Erwachsenen. Haben die Jugendliche auch mitspielen? Ja, ja, ja. Aber das ist schon richtig und es ist nicht einfach, gell? Nein. Verletzen finden, wieder Text lernen und alles so. Das ist genau die Verantwortung. Schon Kinder, wenn die Eltern nicht hinter dran sind. Aber da sage ich schon vielmals Merci, denn wir haben Eltern, wie mit den Kindern lernen und natürlich die Francophonen. Ah ja, das muss die Spieler auch mit. Und manche lernen extra, gell? Das Elsassische vermitspielen, wenn sie nicht das ganze Jahr Elsassisch reden. Genau, genau. Aber das ist schon gut, wenn sie den Weih machen, haben sie schon die Hälfte vom Weih gemacht. Ihr seht also die Assoziation Kulturelle Sportive, nicht nur für Theater, aber auch andere Sachen, vielleicht noch Basket und andere... Ja, also machen eine Hüfte in der Assoziation, es ist eine Hüfte Dings wie los ist. Wir machen Gymnastik, es ist Self-Defense, es ist Cardio-Fitness, es ist It, es ist Laufen, es sind Kinder, die sind in der Gymnastik, und also Sport. Das sind auch nicht gesund, die langen Sulzbar, wenn ihr so viel Sport machen. Ja, das sind alles... Die sind alle fit, effektiv. Fit verloren, das am Samstag und am Sunday. Ihr organisiert zum Beispiel auch eine Flohmärung, gell? Ja, wir haben eine Flohmärung, und da lasse ich euch herzlich ein, das ist am 10. Mai... Pardon, ich, exküsse mich, am 30. Mai. 30. Mai. Ja, und wenn sie nicht interessiert sind, für einen Stand zu machen, können sie anrufen, wenn ihr ein Blatt habt, können sie aufschreiben, am 06, 52, 76, 09, 05, oder am 03, 88, 54, 03, 91. Oh, bla, das ist schon im Mai. Ja, das ist im Mai. Und verreservieren, für an dem Wochenende verkommen ist, dasselbe Nummer? Das ist genau dasselbe Nummer. Ach, das ist Theodor Stigl. Und so, das hat genommen, es sind verschiedene kleine Sketche, gell? Ihr werdet uns das in ein paar Minuten sagen, und wir hören sogar, Junge, Miran, du, Franz Buellsas, ein Gesungenwettbewerb, Stimme, wie gesungen wird auf Elsassisch. Ein bisschen selber haben ihr's gemacht, auch so kleine Sketche, The Voice auf Elsassisch. Ja, genau. Aber was gibt es? Das werdet ihr nach uns verraten. In drei Minuten mit unserem nächsten Trafen, mit France 3, Alsace, und ganze Equipe von Ensemble, c'est mieux. Nur, Stefan Jost, wie es so schön sieht, es ist noch nicht so spät. Im Rihland sind wir daheim. thereof. In drei Minuten withonosence, es ist noch ein egg Kein, in drei Minuten mit unserem Leben verraten, drei Minuten zu sehen. flipping´s Weitere Spring, im R изменimentalische Derby, Das wird im植 titre, das wird im biscuits, wenn eine junge Aufgabe gemacht, und eine schöne أBER Ist ein, für unsere Sprache. Das wird beim barnrumile exclusiviert. Das macht das Reden ganz verleert Das macht die Werte nicht mehr hart Und die ganz grob, die mich spät Wenn es alle da neben mir Du und deine Friede sind zerblieben Nur können wir rips Und der Name Wer die Hoffnung zerpulten Oder wird es Morgen zu bringen Können wir hin schon Mit einer singen Sich unser Land Sich unser Spruch Dass man dran glaubt Dass man dran ruft Und schöner wie dich Für unsere Spruch Sich unser Land Sich unser Spruch Das macht das Reden Von Jahr zu Jahr Mit Junge, mit Ältere Sich nur nicht so spurt Und wenn man gut Littscht der Sinn Weil nur uns Nimm unter mir ritt Dass nirgends kein Ilfassern wie Sinn Auverlangen Außer Big Nu denkst du noch dran Und doll den Sitten Ah, c'est bien Nu auf es Stefan Just Und gleich Get France Plähe Sans am Televisio Torich Goedemoyer 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 Humor et théâtre Aujourd'hui Mais ça se passe Où, Jonathan? In Langen-Soulsborg Langen-Soulsborg Mariette de Fun Mit Nicola Heinrich Nicole, ihr spielet Ditto en théâtre stickel Denischkinzab, was heisst das so Aber nein, ihr hattet mehrere So kleine Sketches Desjur Ja, ich hab mehrere Kleine Sketches Geschreven Effektiv Von, ich kann es Jetzt umfassieren Wir haben im Collège Vom Werte Vorgeschleven Ein Lehrer Von Langen-Soulsborg Dass wir das Ilfsassische Wieder eintrauben Und Da haben Kinder 98% Frankophon Wie effektiv Desjur Mitspiel Ein kleiner Sketch The Voice Also das ist Ilfsassischer Voice Auch was sie noch andere Zum Beispiel Wer kommt da nun? Ja Nun haben wir den Zauberer Gespielt von Kindern Allokussion Gespielt von Kindern Nun haben wir Agence Matrimoniale Das ist voll gerade gut Auf dem Valentinstag Voila Also wenn ihr noch unbedingt Böe oder Meidl Sehen Es ist der Moment Für auf Langen-Soulsborg Kommen Die Agence ist bereit Vielleicht eines zu finden Nun spielen wir Effektiv Noch Ferien Mallorca Es ist jetzt doch kalt Also Du sind Fischer Porto Zu sehen Das macht auch Ein bisschen Warmer Den Herzen Den E-Fußballverein Er weiss Als wir das letzte Jahr Coupe du Monde gewonnen haben Also Hab ich auch Ein Stück Tut Rewerschrieben 40 Jahre Da lasse ich Die Verraschung Sind es 40 Jahre Kiro Sind es 40 Jahre Arbeit Das ist die Verraschung Und der Doktor Güterroth Keine muss Zu dem Doktor Auf Langen-Soulsborg Es ist am Samstag Und am Sonntag Samstag Zuhause Ja Oben Zu 20 Uhr Und am Sonntag Am 14 Uhr Und da werden wir gut Lachen Mit verschiedenen So kleinen Sketches Alles ist vorgesehen Vom Verein Association Culturelle Sportive Von Langen-Soulsborg Es gibt da Ebs zu essen Ja Wenn er will Da gibt es Würstchen und Bier Kaffee Und Körer Gemacht von Dänen Litwi Theaterspielen Und Bratstaller Können wir auch an Und die ganzen Mitglieder vom Verein Gell Ihr sind 100 Personen Ja Und alles Benewoll Die mir mithelfen Sind alles Benewoll Und deshalb Ich nochmals Vielmals Merci Und auch an denen Theaterspielen Es ist gut Und ihr habt noch ein paar Plätze Für am Sonntag Und am Sonntag Wie kannst du reservieren? Also an dem Salben Nümero Wie ich schon Gehen habe Ich kann es Einde gehen 08 Nein 03 88 54 54 03 91 Ist nicht einfach Wenn man es nicht vorne und runter hat Oder 06 52 76 09 05 Genau Es ist im Fischzoll von Langen, Sulzbauer am Samstag und am Sonntag 7,50 Euro für den Bieter Ja Und Kinder bis 15 Jahre bezahlen 4 Euro Und natürlich werden sie da ganz oben lachen, oder? 2 Stunden ungefähr Ja, ja Du gibst genug zu lachen Du gibst nicht so schnell rum Wir werden sehen, wenn sie nach Rehem gehen, werden sie immer noch lachen Und das ist die Schmeli mit der Theatersektion von dem Verein Und am Sonntag Hervé, ihr könnt ihr dann zu Langen, Sulzbach, am Samstag und Dimanche sehen, die kleine Sketschen mit der Troupe des Theatres Alsassiens Alsassiens Merci Jonathan, à vous und aux équipes de franzbleuelsass.fr Franzbleuelsass Franzbleuelsass Und natürlich werden wir noch mehr Informationen wieder auf Franzbleuelsass auf dem nächsten Mal nach der Vier Wie gesagt, wir können wir uns reservieren, wir können eine Nummer auf einmal 06 52 670 Das ist 0905 Und alle Informationen auch auf Ihrem Facebook ACSL Langen Sulzbach Man wird das sowieso auf unserem Alles noch einmal finden Ich habe gehört, es gibt auch Knackwischlinge Ja Aha Also, wenn ihr mit der Madame nicht wisst, was wir morgen wo endet Nach dem Valentinstag, könnt ihr vielleicht zwei Kehrchen schenken für auf dem Theater auf Elsassist zu gehen von Langen Sulzbach Da könnt ihr reservieren, wie gesagt, es gibt noch ein paar Plätze Merci vielmals, Nicolas, noch zu uns gekommen sind Gern geschehen, merci vielmals Viel Erfolg Und bis und erst mal wieder auf Franzbleuelsass In ein paar Sekunden sind wir im Royal Palace Nach dem Norden mit dem Pierre Nuss Er wird euch mitnehmen für die neue Revue Die Revue Mysteria Und vielleicht auch für eine SFR 2 mit einem Spektakel Wiener gewinnen können mit ihrem Rindol-Radio-Sender Das ist das, was wir machen bis jetzt Ich bin ein bisschen excited für den Rindol-Radio-Sender Ich bin ein bisschen am Ende